Hallo liebe Pferde-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Starstäbeln. So, oh wir müssen... oh ich muss mich um mein Pferdchen irgendwann nicht zimmern. Oh oh oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Mein Name ist Pferd. Erstmal bürsten. So, jetzt darfst du Wasser haben. Oh man man man. Ja, ich war gestern... Hä? Hä, warum... hallo? Warum kann ich meine Sachen jetzt hier nicht mehr benutzen? Hä? Und warum... hä? Versteht ihr das gerade? Ich hab hier irgendwie gerade voll das Problem. Handy, das will ich doch gar nicht. Du sollst nicht auf dein Pferd, du sollst dein Pferdschirm füttern und so. Irgendetwas stimmt heute mit dem Server anscheinend. Irgendwie nicht gerade. Gut, wir machen dann erstmal eben die Aufgaben da am Schild. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Ja, ja. Ja, das verstehe ich gerade irgendwo nicht. Toll, ich... hä, warum kann ich denn... Hallo? Ich möchte die Sachen gern benutzen. Steht hier irgendwas? Wie wird man... Live... Timerider... Alle, hallo, musst du dir kaufen mit echten Geld. Baby, quesst dann noch. Baby. Bei mir funktioniert aber gerade überhaupt nicht immer der Server. Ähm... Gut, Leute, ähm, wartet mal. So, da bin ich. Und ich hab jetzt einfach mal eben... Einfach mal das Pferdchen erstmal geputzt und so. So, jetzt ist jetzt auch wirklich alles irgendwie da weg. Äh... War anscheinend wirklich irgendwie... Ja. Ein Serverproblem. Ich hab mich einfach nämlich nochmal ausgeloggt und wieder eingeloggt und... Da es heute ja wieder Mittwoch ist und Mittwochs früh sie ja immer ihr Update-Emmel machen. Obwohl, es ist jetzt eigentlich Mittagszeit. Aber trotzdem, bis sich natürlich mein Stand sich natürlich auch wieder aktivisiert hat, hat das anscheinend noch ein bisschen... ... gedauert. So. So, so. Ja, ich muss mich einfach mehr um mein Pferdchen mich, glaube ich, einfach mal kümmern. Da könnt ihr mal sehen, wie... Wie oft ich dann vielleicht spiele, oder so. So. Wie gesagt, wenn ich wirklich mal irgendwie gar keine Zeit habe, vielleicht mache ich denn das wirklich, dass ich... ... hier mich einmal kurz nur reinlocke und einfach nur einmal ein bisschen mein Pferdchen putze und... ... fütter und so und das war's dann vielleicht. Nur damit mein Pferdchen dann... ... wenn ich hier spiele mit euch oder so, damit das wenigstens kein trauriges Smiley zu sehen ist. Aber ich mag das überhaupt nicht. Bin davon überhaupt gar kein Freund. So, wir haben ja noch einen Eimer mit Wasser. Das sollte dann erstmal reichen. Warum steht da trotzdem füttern? Ich dre... Ich mach doch Wasser rein. Ich fütter die doch damit doch nie mehr. Na ja. Ach so. So. Na ja, dann wollen wir doch mal zu der anderen. So. Gut gemacht, Penelope. Gut gemacht, Penelope. Gut gemacht, Penelope. So, wisst ihr eigentlich, wo wir jetzt unbedingt eigentlich hin müssen? Nämlich zu den Schmied. Da müssen wir jetzt unbedingt... Könntest du... Könntest du bitte eigentlich mal aus meinem Pferd reiten? Courtney, du... Das ist ja unglaublich. Du bist also hier, um es nochmal zu festsuchen? Dann mal los. Ja, ja. Jetzt starte doch mal ein bisschen schneller, Pferdchen. Schneller. 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 Oh, es kommt schon. Ach, ich wollte doch zum Hush mit einsehen. Ach, ich wollte doch zum Hush mit einsehen. Ach, da können wir auch noch gleich. So viel Zeit muss doch sein. Oh man, mein Pferdchen kommt mir heute so dermaßen lahmarschig mir vor. Und? Und? Hallo? 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 Na toll. Hallo? Oh, wie schön. Wir kriegen grad noch nie mal ne Anzeige. Auch nett. Oh, wir haben ne Anfrage. Gute. Lass mich doch mal hier alle durch. Hallo? Hä? Irgendwas stimmt heute gleich nicht mehr. Gute Nacht, Penelope. Ja, danke schön. Ja, nimm mir mal an. So, dann gehen wir jetzt einfach hier nochmal zu ihr. Du willst die Strecke noch mal machen? Na klar, los geht's. Okay, reiten wir diese Strecke hier nochmal. Los. Mach doch mal ein bisschen schneller hier, Pferdchen. Hehehe. Ich bin voll die Abkürzerin. Hä? Oh, was soll denn das hier? Jetzt kommt schon wieder. Hä? Ja und? Und? Hallo? Hä? Äh. Hallo? Hä? Was war denn das jetzt für ein blöder Bug? Oh. Ja, Entschuldigung, du kannst ja eigentlich nichts dafür. Ich wollte eigentlich da versuchen, da runter zu springen, aber... Hä? Das verstehe ich aber jetzt nie nochmal so, was jetzt aber gerade passiert ist. Also irgendwie fand ich das gerade echt total unlogisch. Ja, ja, ich möchte den nochmal. Ist ja ganz klar, ne? Hab ich denn heute irgendwie nur so heftige Probleme mit dem Server hier? Oder gibt es hier heute auch mal andere? So, jetzt bin ich ja mal so spannend, ob ich jetzt hier hochkomme. Ich merke aber kein bisschen eigentlich, dass unser Pferdchen schneller geworden ist, ne? Ich finde immer, das ist immer noch total lahm. ATP vor ein paar Tagen. Oder erkennt ihr einen Unterschied? Also ich nicht. Und springen können wir auch noch nicht. Ich hab wahrscheinlich auch alles eigentlich das, wenn man wahrscheinlich das kaufen muss. Das hat mich jetzt aber... Das fand ich jetzt echt kacke. Die verlassene Fahnen, yeah! Vielleicht wird ja irgendwann dann noch was mit der gemacht, ne? Guck mal, was halt das Spiel gekauft wird, oder? Guck mal, was halt das ist. No didn tップ. Dblock! Ooh! Dbour! Dau! This is so gross. Bcoll! Hallo. Das kann ich schon wieder nicht reiten. Hallo? Hallo! Ich. Total. 8, 8, 8, 5, aha. Na ja, gemocht bist auch noch nicht toll. Mein Pferdchen. Oh, ich hab'n warmen Blut. So, dürfte ich jetzt denn eigentlich mal wieder... Och, ich darf immer noch nie in den Mareken. Ich find das toll. Schön. Dann stehen wir jetzt doch hier einfach mal so rum. Was? Nein, will ich beenden. Schön. Schön, dass das Spiel heute auch gar keine Fehler irgendwo hat. Das freut mich irgendwie immer ungemein. Okay, Leute, ich muss das leider noch mal einmal kurz beenden. Oh, es tut mir wirklich leid, sing. So, jetzt noch mal. So, jetzt reiten wir jetzt den Muschmied einfach. Also, ich muss hier noch einmal rum hier. Also, wie gesagt, ab Level hier merke ich echt noch nie, dass mein Pferdchen schneller geworden ist. Vielleicht bringt das jetzt aber irgendwann vielleicht doch denn was mit Hufeisen. Hm. Diese Hufeisen werden besser, als ich mir je hätte träumen lassen. Wenn ich die doch nur ein wenig glänzendes Geisterherz hätte, dann könnte ich sie noch besser machen. So wie früher gemacht wurden. Wenn anfänglich sich nicht mehr auf die Magie und an Geheimkräfte war, dann nimm die Minenhack und reite... Oh, nur weil ich jetzt gestern nie noch mal hier war. Echt? Ach, wie gemein! Wir können ja leider jetzt nie noch mal ja wirklich hier einfach übernachten, weil es geht ja einem einfach nicht. Ach, das finde ich jetzt aber echt fies irgendwie. Ja, ja. Hallo? Absteigen! Oh Mann! Das ist doch wirklich jetzt echt gemein! Hä? Hä? Da ist er... Hä? Wie mich irgendwie heute das Spiel hier ermutigt habe. Ja, Entschuldigung, Pferd. Kann ja nun mal nichts dafür. Da hinten leuchtet es orange. Aber warum? Ich glaube manchmal will das Spiel einen wirklich irgendwie verarschen. B0. 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 Ach, wir sollen da wahrscheinlich das jetzt abbauen? Okay. Das hätte mir auch jemand früher sagen können. Machen wir denen hier alle die gleiche Jacke an. Ich dachte, dass wir hier wieder alles machen müssen, hier, also neu. Aber hier hatten wir das ja letztes Mal ja nämlich nicht gemacht. Oh, ich möchte aber springen können. Ich habe doch einen Pferd unter mir. Ich habe doch einen Pferd unter mir. Ja, Entschuldigung, dass ich immer überall mit der Gegend reite. Meine Güte, kriege ich doch nicht so hoch. Oh, hier geht es ja noch mal irgendwo hier noch mal, was? Ja, so, hier noch, ey. Ich sage, ey, ich bereite mich jetzt ja schon. Soll es nur irgendwann mal werden. Bestimmt sagt er eh dann wieder gleich, ne? So, ah, warte bis morgen. Und dann sagt er bestimmt noch mal irgendeine Aufgabe für uns. Aber damit dann noch mal bitte das. Ja, wir reden nicht so voll zu orlen. Hier kriegen wir Rufalten für unser Pferdchen. Und dann gar nichts kriegen wir, ey. Voll gemein, ey. Ich finde das voll gemein. Das ist auch für ihn nicht gut. Abgekürzt. Muss auch schon vorwärts reiten. Ich mit meinen schlauen Tipps, die, ne? Das ist ein perfektexemplar, glänzend Geist des Herzes. Gut gemacht, Pini Doppi. Jetzt werde ich die letzten Verfeinerungen vornehmen. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Wenn du morgen vorbe... Bin ich mir sicher, dass ich etwas haben werde, womit ich Hilfe brauche. Aber ich dachte, ich kriege jetzt Hufreisen. Oh, Mann. Das war ja anscheinend nur eine Lüge, oder was? Na ja, okay, ich soll ja morgen ja wiederkommen. Also, vielleicht bekomme ich sie halt eben im Mord. Aber ich finde das jetzt schon irgendwo ganz schön gemein. Ich hätte das jetzt irgendwie voll toll gefunden. Oh, guck mal, hier ist er auf einer. Hatte der schon mal sowas blau aus? Nein. Wie ist das? Ich möchte das nicht so alt geben. Das ist jetzt ganz klar, weil ich mir das gerne wiederon ausprobieren kann. Dann kannst du mich noch nicht machen. Viel Erfolg! Was? Ich hab auch gar nichts verstanden. Wie cool machen wir eine Western-Aufgabe, das finde ich toll. Ah! Äh... Ich seh... Hallo? Oh Mann, darf ich nochmal? Oh, das darf doch wirklich nicht immer wahr sein. Neu beginnen. Hey, was kann ich denn dafür, wenn auf einmal dieser scheiß Taktus uns da im See stand? Irgendwo. Ich war ja wohl wieder richtig blöd. Ähm... Sorry, Leute. Aber wirklich wahr. Ihr kennt mich doch. Wollen wir alles perfekt machen. Weg! Ich seh doch nichts! Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Wollen wir jetzt was zumconscious? Das finde ich ja voll uncool. Lustig, oder? Besser reiten scheint dir zu gefallen. Versuche es gerne nochmal, wenn du ein besseres Zeit erzielen willst. Ja, ich möchte es jetzt nämlich nochmal machen. So, Pferdchen. Strebe dich mal an. Los. Oh, Magistore, endlich nur einfach mal schaffen. Los, vorwärts, vorwärts, Snowflame, vorwärts. Und? Immer doch, dass wir sagen, war nur Felsen. Warum nicht, wenn das neul ist? Schön. Ja, danke schön, dass ich jetzt halbzig gucken durfte. Kann ich das jetzt einfach hier trotzdem ersehen? Ja, toll. Pferdchen kann man noch nie immer schnell genug sein. Ah, finde ich toll. Sollen wir hier wenigstens auch nochmal so ne Westernaufgabe? Ist doch schön. Hat doch was. Oh Mann, ey, es tut mir wirklich leid, dass heute irgendwie hier nur Ärgernisse waren. So, aber nixdestotrotz, ich hoffe, es hat euch trotzdem einfach irgendwie Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und wenn er heute auch der Server irgendwie rumgesponnen hat und so, was mir echt leid tut irgendwo. Aber ich hoffe einfach, wie gesagt, ich hoffe einfach, ihr hattet trotzdem Spaß und so. Ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Star Stable. Star Stable, jaaa, so, äh, huh, wo bin ich denn? Da, ähm, ja, dann hinterlassen wir einfach Kommentar, Bewertungen, Abos und so, entweder unter dem Beschreibung des Videos, da in die Kommentare oder bei Twitter und bei Twitter halt eben Hashtag RedemitKitty oder bei Facebook oder meine Homepage, äh, playfulbladikitty.de. Aber steht ja auch alles in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch nochmal reingucken und da könnt ihr es auch anklicken und dann gelangt ihr da hin und so. So, äh, ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, eure Playfulbladikitty. Also, tschüss!